Ja, hallo zusammen, zu einem weiteren Video heute machen wir, was zu der Jahreszeit passt. Und zwar habe ich hier Bärlauch, so eine Handvoll und dann habe ich mir überlegt, was ich mache. Also ich habe hier einfach Kartoffeln, zwei Zwiebeln, eine Spitzpaprika, zwei Knoblauchzehen und so eine halbe Zwiebel, wirklich etwas kleiner geschnitten. Dann habe ich hier 300 Milliliter Milch und 20 Gramm Butter, 20 Gramm Mehl, das ist für unsere Soße, also wir machen eine Mehlschwitze. Und dann habe ich hier so eine riesen Hähnchenbrust, ungefähr 250 Gramm schwer, Salz, Pfeffer und das ist alles, was wir brauchen. Seitenbrenner an, das ist natürlich für die Mehlschwitze ein bisschen falsch, weil der ziemlich viel Power braucht und wir brauchen wenig, deswegen werden wir das ganz schnell machen. Das darf wirklich nicht verbrennen. Ich mache jetzt die einfache Variante, wir zerlassen erstmal die Butter und dann mache ich schon mal sofort den Knoblauch und die Zwiebeln mit dazu. Ich schwitze das nochmal mit an. Man kann, wenn man das fein haben möchte, nachher einfach das Ganze mit einem Pürierstab mixen und dann hat man wirklich glatte Soße. Ich gebe zu dem Ganzen schon ein bisschen Salz hinzu und Pfeffer. Und ja, die Butter fängt dann schon ein Bläschen zu schlagen. Also die Butter verbrennt ab 150 Grad, deswegen haben wir da nicht wirklich sehr viel Spielraum. Jetzt kommt auch das Mehl hinzu und wir rühren das erstmal schön um. Und jetzt brauchen wir da die kalte Milch und die wird einfach langsam reingerührt. Also die wird einfach reingegossen, umgerührt, also nicht alles auf einmal, dann ein bisschen aufkochen lassen, nach und nach dazugeben. Nach ein paar Minuten sieht unsere Soße so aus. Die Konsistenz ist perfekt. Wie gesagt, 20 Gramm Mehl, 20 Gramm Butter und 300 ml Milch. Und ja, Bärlauch, habe ich mir gedacht, hacke ich einfach so ein bisschen in den Streifen und dann kommt das zu der Soße. Schön in dünnen Streifen schneiden. Jetzt kommt die Soße, das kommt einfach da rein. Einfach umrühren. Und ja, das Gute jetzt, wir müssen einfach alles in Scheiben schneiden. Ich schneide erstmal die Zwiebeln, wie wenn das eine Art Schichten, also ungefähr so halben Zentimeter, nicht mal. So, jetzt mache ich die Paprika, auch einfach in Scheiben. Und ja, für Hähnchen und Geflügel brauchen wir einen separaten Teller. Die werde ich noch ein bisschen würzen. Obwohl die Soße würzig ist, das geht einfach runter. Kartoffeln saugen wirklich sehr viel Salz. Das sind Drehlänge, also lasse ich die mit Schale. Die schneide ich auch ein bisschen dicker als das andere Zeug. Einfach Salz und Pfeffer. Einmal umrühren, nochmal von der anderen Seite. Ein bisschen grob würzen, weil, wie gesagt, Kartoffeln saugen wirklich sehr viel Salz. Ich hoffe, man kennt vielleicht den Trick, wenn irgendwas versalzen ist, so eine Suppe, eine Kartoffel reinlegen und dann saugt sie das Salz auf. Da schneide ich auch einfach in Scheiben. Ja, auf einem Brett. Das wird sowieso alles zusammengeschichtet. Das lege ich auch ein bisschen so aus, dass ich das von einer Seite wenigstens würzen kann. Das ist nämlich ein bisschen Soße und verstreiche die hier. Jetzt drunter kommt dann eine Kartoffel. So ein paar Zwiebelscheiben, also Hähnchenbrust. Paprika und ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Einfach alles nacheinander drauflegen. Und ja, da ich wusste, dass es ein bisschen knapp werden könnte, ich habe hier Pizzaform genommen. Ja, hier mitte mache ich einfach nur die Sachen. Also habe ich natürlich eine zweite Form. Also die mache ich genauso. Ich weiß gar nicht, was das für Formen sind. Das sind, ich glaube so 22 Zentimeter. Genau zwei Portionen. Also perfekte Größe. Und jetzt wird die Soße einfach so überall verteilt. Das muss nicht überall alles bedeckt sein. Es soll auch frei sein zwischendurch, weil es verteilt sich automatisch, wenn es ein bisschen heiß wird. Also und der Bärlauch hier, da kommt ja noch Käse drauf, Leute. Hier jetzt noch der Käse oben drauf. Fertig ist die Geschichte. Man sieht, die Soße hat wunderbar gereicht. Ich habe hier übrigens Emmentaler. Gibt schön nussigen Geschmack. Und ja, so sieht das Ganze aus. Schön hier oben auf dem Ablagerrost. Die stehen vollkommen drauf. Ich habe den Brenner nur links und nur rechts. Damit erreicht man auch schon 200 Grad auf volle Last. Aber das möchte ich nicht. Also wir haben noch Hitze, die steigt und zirkuliert. Und wir haben so einen Backoffeneffekt. Das steht oben. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich lasse das jetzt so bei 160, 70 Grad. Halbe Stunde, damit die Kartoffeln gar werden. Und dann drehen wir nochmal hoch. Und ja, Freunde, nach einer Stunde sieht das Ganze genau so aus. Hat auf jeden Fall eine Kruste bekommen. Die Kartoffeln sind weich. Also alles ist, ja. Hähnchen ist auf jeden Fall auch durch. So sieht das aus. Und ein bisschen noch Grün drauf. Und jetzt probieren wir das Ganze hier. Man sieht, die Kartoffeln zerfallen. Also Kartoffeln schmeckt wunderbar. Schön durchgezogen mit Zwiebeln zusammen. Ja, sehr akzeptabel. Also ich hätte gedacht, ist trockener. Paprika ist sogar noch nackig. Wirklich sehr stimmig. Leichter Bärlauchgeschmack. Käse, Hähnchen. Also, ja. Schmeckt mir sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.